Servus Leute, mein Name ist RagingRaptor und ich begrüße euch zu einem neuen erklärt Video. Und zwar heute haben wir ein ganz ganz dickes gepacktes Ding und das ist das Waffenträger auf E110 Event. Und ihr könnt sehen, wir haben ziemlich vieles, was wir zu besprechen haben und da würde ich gleich mal sofort reinspringen. Das Event dauert insgesamt 14 Tage, also zwei Wochen, obwohl der eine da nicht wirklich gilt, der 12. Oktober, weil es fehlt euch da ein paar Stunden in der Theorie. Am ersten Tag des Events, also am 28. September, könnt ihr sehen, dass das ab 16 Uhr losgeht und bis 12 Uhr abends geht und dann ab all der rauffolgenden Tage, ja, ist es dann ziemlich chillig, dann fängt es um 12 Uhr an und geht bis 12 Uhr abends. Ja, also ihr seht schon wieder, es gibt eine Zeitbegrenzung für dieses Event, heißt also, dass wenn zum Beispiel ihr eine Spätschicht habt, könnte es eventuell ein bisschen knackig werden, da überhaupt was mitzumachen. Ja, was ist denn der allgemeine Ablauf? Es ist ein 7 vs. 1 Game Mode, wo beide Spieler oder alle Fahrzeugtypen von Spielern gespielt werden, außer von den Bots. Also, es gibt Bot-Gegner, die dem Waffenträger helfen und die sind dafür da, dass die vom T55 Thunderbolts getötet werden können und die dadurch kriegen sie dann Strom. Und dieser Strom ist dafür da, dass halt diese T55 mehr Schaden am Waffenträger machen. Jeder dieser T55 von diesen 7 T55 hat drei Leben und wenn der Waffenträger nun gewinnen möchte, muss er alle T55s zerstören oder die Zeit runterlaufen lassen, also wie ein Verteidigungsgefecht in der Hinsicht. Heißt also, der WT müsste in der Theorie dann 21 von diesen T55 Thunderbolts töten. Wenn die T55 gewinnen müssen, ist es ganz einfach, zerstört einfach den WT. Und zu guter Letzt, es gibt zwei Kollektionen, die zusammengehören und drei verschiedene Lootboxen-Typen. Schauen wir uns doch mal diese erste Lootbox an und das ist eine spezielle Truhe. Das ist die Premium-Lootbox, die ihr euch entweder kaufen könnt, wenn ihr Glück habt, gewinnen könnt von Drops und dazu kommen wir erst später noch, weil das ist ein Thema, da bin ich ein bisschen, ja, ja. In diesen Boxen, die sind wirklich eigentlich genau gleich von der Mechanik wie bei den Weihnachtsboxen. Ihr habt eine Chance, Kreditpunkte zu kriegen, World of Tanks Premium, Ausbausätze, Booster, Kreditbooster, also Ausbildungsbroschüren, personalisierte Ausbildungsbücher, die ja richtig nice mit 850.000 XP und normale Booster, entweder einmal oder fünfmal. Dazu habt ihr eine Chance, die Möglichkeit, einen von 16 Fahrzeugen zu kriegen. Unter anderem, eines davon ist der neue T77 Homebesitz, soweit ich weiß es, das ist der einzige Weg, wie man diesen T77 herankriegen kann. Und zu guter Letzt, kriegt ihr mindestens noch 100 zusätzliches Gold. Was der Preis dieser Boxen sein wird, kann ich euch leider noch nicht sagen. Ich schätze aber schwer, dass diese Boxen nicht teurer sein werden, als die von den Weihnachten. Ich denke sogar eher, dass die um einiges billiger sein werden. Es gibt ja noch eine Neutöffnungsmechanik und die schauen wir uns gleich mal an, aber eben hier nochmal kurz das Beispiel. Ihr kennt ja diese Listen. Die habe ich jetzt seit zwei Jahren immer gemacht, um euch zu zeigen, ja, was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ihr was kriegt. Wargaming ist so gütig, dass sie jeden von uns YouTube- und Twitch-Streamern, CCs, 200 dieser speziellen Boxen gibt. Heißt also, ich werde definitiv 75 in meinem eigenen deutschen Video, 75 im englischen Video und die Rest in meinem Stream öffnen. Und natürlich alles zusammentragen und dann mal eine Auswertung machen. Und ich kriege zum Glück auch noch die Informationen oder die Inhalte von einem oder sogar zwei anderen CCs. Und jetzt haben wir also mindestens 600 von diesen Boxen geöffnet. Dann haben wir eigentlich einen guten Überblick, was es denn so ganz genau geben wird. Aber Punkt ist, dass schlussendlich in diesen neuen Boxen hier eigentlich weniger drin ist, abgesehen von den verschiedenen Priemenpanzern, als in den Weihnachtsboxen. Und dann gehe ich davon aus, dass diese neuen Boxen dann zum Beispiel pro Box nicht zwei Euro vielleicht, sondern nur ein Euro in der Theorie kaufen, ja, der Preis sein wird. Nun, zu dieser erneut öffnen Mechanik. Das ist ein neues Ding und hier ist es wichtig, diese drei verschiedenen Lootboxen, es gibt die Windhund-Truhen, es gibt die Engineer-Truhen und eben diese speziellen Truhen hier, die lassen sich erneut öffnen für einen bestimmten Geld- oder Goldpreis. Die speziellen Truhen können bis zu fünfmal geöffnet werden, wo das erste Mal 100 Gold kostet, das zweite Mal 250 Gold und das dritte Mal 500 Gold. Bis wann zu fünft ist und da sind es immer 500 Gold. Also ihr könnt theoretisch in eine Kiste 1.500, 1.750, 1.850 Gold investieren. Ja, heißt das, dass ihr jedes Mal, wenn ihr es erneut öffnet, diese neue Belohnung kriegt? Nein. Wenn ihr zum Beispiel, wir gehen jetzt nochmal kurz zurück, in der ersten Öffnung hier, 150 Kreditpunkte kriegt und diese 100 Gold kriegt ihr garantiert immer. Dann könnt ihr euch entscheiden, yo, das ist für mich das schlechteste, die schlechteste Belohnung, die ich für diese Truhe kriegen kann. Ich öffne es erneut für 100 Gold, verliere diese 150 Credits und kriege vielleicht, keine Ahnung, drei Tage Prämienspielzeit und vielleicht sogar den Panzer. Das ist dann, dann wird aber die erste Belohnung überschrieben. Und wenn ihr denkt, nö, das war jetzt mir zu glücklich und ich öffne es erneut, dann zahlt ihr 250 Gold, verliert diese Preise und dann wird nochmal eigentlich brumm gewürfelt. Also, ich kann euch noch nicht empfehlen, was denn wirklich so gut ist. Also, wenn ihr keine von diesen Boxen selber euch kauft, dann ist es fast am besten, sich zu überlegen, nochmal diese 100 Gold rein zu investieren, wenn die Belohnung nicht gut war. Aber das müsst ihr alle selber entscheiden. Ich persönlich bin nicht so ein großer Fan von dieser Mechanik, weil es fühlt sich halt ein bisschen hart nach Gambling an, wenn ich ehrlich sein muss. So nach Motto, ja, nur noch, nur noch einmal wieder würfeln, nur noch einmal wieder würfeln, da kommt sicher was Gutes. Ach, jetzt hatte ich was Schlechtes. Ich muss nur noch einmal wieder würfeln, da kommt wieder was Gutes. Ja, und eben bei diesen anderen Truhen, die wir nachher uns gleich anschauen werden, da gibt es auch diese Wiederöffnung-Mechanik, aber dort kostet es dann Kreditpunkte. Ja, Modus beitreten, ganz einfach, ihr gebt oben aufs Random Battle und dann ist dann dort dieses Event dort, last Waffenträger und da könnt ihr raufklatschen. Es gibt eine Schlüsselmechanik. Ja, was bedeutet denn das? Es ist ja ein 7 vs. 1 Spielmodus. Wie ihr sicher wisst, möchten ja sehr, 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 sehr viele Leute den Waffenträger spielen, weil es ist der Waffenträger, ne? Es ist nicht mehr der alte Waffenträger, aber es ist ein Waffenträger. Und keiner will natürlich das Kolonenfutter sein für den WT. Ja. Ja, ihr müsst zuerst mal diverse Missionen machen von den T55, damit ihr einen Schlüssel kriegt, einen Schlüssel, der es euch erlaubt, als Waffenträger zu spielen. Dann müsst ihr diesen Schlüssel einsetzen und dann könnt ihr eine Runde WT spielen. Ihr könnt auch diese Schlüssel in der Theorie mit Paketen zusammen kaufen. Was die Preise sind, wissen wir noch nicht und das sehen wir dann nachher gleich. Aber hier mal kurz zu der ersten Mission. Und das ist, ja, gewinnt fünf Zufahrsgefechte und das könnt ihr einmal pro Konto machen während des Eventes und dann kriegt ihr eine dieser Schlüssel. Also könnt ihr einmal eine Runde ausprobieren, WT, wenn ihr denkt, eigentlich interessiert mich dieses Event überhaupt nicht. Ja. Schauen wir uns mal den Windhund bzw. den Thunderbolt an. Dieses Fahrzeug ist ein T55A mit einer speziellen Kanone. Sie verschießt Schockbolzen, welche eben aufgeladen werden können, indem ihr die Botgegner tötet. Ihr könnt einen Speedboost benutzen, den wir aus dem anderen Event, aus dem Walküre-Panzer kennen, aus dem Stallender Jäger. Und eben, ihr habt drei Leben. Für den Windhund gibt es vier verschiedene Missionen. Hier haben wir die ersten drei. Also, die erste ist, gewinnt drei Gefechte und das könnt ihr einmal täglich machen. Dafür kriegt ihr einen Schlüssel und eine Windhundtour. Also eben, dann könnt ihr dann auch den WT spielen mit dem Schlüssel. Dann besiegt den Waffenträger auf E100 und versucht den fünf höchsten Schaden mindestens. Das ist wiederholbar. Und dann kriegt ihr auch eine Windhundtruhe dafür. Also so oft, je öfter ihr sie gewinnt, desto besser und gönnung. Und die dritte Mission, die wir hier jetzt gerade haben, ist, besiegt den Waffenträger auf E110 mit der Windhundtruppe und zeigt der Dude mit dem meisten Schaden. Und dann kriegt ihr noch eine Windhundtruhe. Und das könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt. Also, hier könnt ihr theoretisch pro Runde zwei Truhen euch gönnen. Und zu guter Letzt ist noch eine, die können wir auch nur einmal täglich machen. Und da müsst ihr mindestens 5000 Schaden machen über alle Gefechte hinweg. Das könnt ihr nur einmal täglich machen. Da kriegt ihr auch so eine Truhe. Und noch ein Sammelgegenstand. Eben diese Sammlung, die sehen wir dann nachher. Zu diesen Truhen. Das ist die Windhundtruhe. Und, ähm, ja. Dieses ist so aufgebaut, dass ihr entweder drei Mad-Kits große, drei große Feuerlöscher an Garagenstellparts, ein paar Premium-Ausbau-Kits, ein paar Booster oder Kreditpunkte kriegt. Und auch die könnt ihr nochmals öffnen. Das ist genau die gleiche Logik. Wenn ihr sie öffnet, dann wird die momentane Belohnung, die ihr habt, einfach überschrieben. Und ihr kriegt da dann halt das leider nicht mehr. Also, dann kriegt ihr einfach genau das, was das Nächste kommt. Also, wenn ihr zum Beispiel beim ersten Rollen einen Garagenstellplatz kriegt, dann öffnet ihr es erneut, zahlt 25.000 Credits und kriegt dann nur noch eine große Ersatzteilkiste. Ja, dann habt ihr halt ein bisschen Pech gehabt. Also, auch hier würde ich es jetzt überhaupt nicht empfehlen, das wieder zu öffnen. Außer vielleicht, wenn ihr die Kreditpunkte kriegt. Weil dann lohnt es sich, eventuell das nochmal zu öffnen, damit ihr eigentlich eine bessere Belohnung kriegt. Weil von all diesen Belohnungen sind eigentlich die Kreditpunkte die schlechtesten. Denn große Hilfe oder diese großen Consumables kosten ja eigentlich 60.000, um das zu kriegen. Und die können sie für 30.000 in der Theorie verkaufen, wenn ihr Bock drauf habt. Und alles andere ist entweder Premium-Güter oder und so weiter und so fort. Und auf dem zweiten Platz ist auch eine Möglichkeit, eine Option, dass ihr eben einen Gegenstand dieser Windhund-Sammlung kriegt. Eben Platz 2, das ist optional, das kriegt ihr nicht immer. Platz 1 von dieser Liste kriegt ihr immer etwas. Der Wehtier auf E100, eben dafür braucht ihr einen Schlüssel, um dem zu spielen. E110 natürlich. Er hat eine Kanone namens Gungnir und die sei anscheinend sehr, sehr stark und kann bis zu die Hälfte der HPs von einem T55A einfach mal kurz wegjitten. Er hat noch ein EMP-Projektil, was ein bisschen daran erinnert wie an einen Stun. Wenn ihr den Gegner trifft, das fliegt ein bisschen langsamer, aber verlangsamt den Gegner. Und zu guter Letzt habe ich noch eine EMP-Explosion, die macht kurzerhand euren Panzer mal kurz jitt weg. Und wenn ihr noch drinnen seid in dieser EMP-Explosion, dann kriegt ihr massiven Schaden. Zumindest ist das, was wir gesehen haben im Video. Auch für den WT auf E110 gibt es zwei verschiedene Missionen. Wenn ihr sie besiegt, kriegt ihr eine Ingenieur-Truhe und das könnt ihr einmal täglich machen, wenn ihr der Sieger seid von diesem 7 vs. 1. zerstört mindestens 5 von diesen Windhunden mit dem WT und die werden alle zusammengesammelt und das könnt ihr siebenmal machen während des Events und da kriegt ihr auch so eine Ingenieur-Truhe. Also kriegt ihr hier sieben Ingenieur-Truhen und wenn das Event ja, sagen wir jetzt mal, 11 Tage geht, eben weil der andere Tag dann ein bisschen knackelig ist oder 12 Tage, sagen wir mal 12 Tage, dann kriegt ihr hier 12 Truhen, da 7, dann könnt ihr insgesamt 19 Ingenieur-Truhen euch ergattern, wenn ihr richtig hart Bock drauf habt. Und ja, diese Ingenieur-Truhe ist ein Ticken besser. Ich gehe gleich mal zur nächsten Slide, weil da vergleichen wir es mit der Windhund-Truhe. Ihr könnt sehen, einerseits, es braucht ein bisschen mehr Credits, um die nochmal zu öffnen, jedoch eben kriegt ihr auch mehr. Also hier Gegenwert von 100.000 Credits, hier auch oder 50.000. Auch Garagenstellplatz und Primmenspielzeit. Es gibt drei Ausbau-Kits, Ausbildungsbroschüren, größere oder auch wieder die Booster, die wir auch hier haben. Personalisierte Ausbildungshandbuch, das ist das für 850.000 EXP für eine Person. Und dann haben wir hier noch Credit Booster. Ja, also nicht eine schlechte Auswahl. Und auch hier habt ihr eine Option 2, wo ihr ein Glück habt, kriegt ihr einen Gegenstand dieser Ingenieursammlung. Also alles in allem kriegt ihr hier eigentlich ziemlich viele Goodies, for free in dem Sinne. Und eben auch hier würde ich empfehlen, wenn ihr die Kreditpunkte habt, dann würde ich nochmal rerollen, weil dann kostet es euch lau und ihr habt eine Chance, etwas Besseres zu kriegen. Ich denke, hier sind die größten und die schlechtesten Sachen die beiden Garagenstellplätze und Primmenspielzeit, weil eben die Windhundruhe, die hat ja diese auch drinnen. Ja, zu dieser Sammlung, das ist, wenn, ich kenne es vielleicht schon aus World of Warships, das ist genau das gleiche Prinzip, abgesehen davon, dass ihr keine Duplikate kriegen könnt. Also wenn ihr ein Duplikat kriegen würdet, wird es einfach sofort intern eigentlich ausgetauscht für etwas, das ihr noch nicht habt. Und das sind eigentlich so Sticker, so Poster, whatever ihr es nennen wollt. Für die ersten, wenn ihr 10 von diesen einzigartigen Stickern habt, kriegt ihr einen Tag Premium und einen Schlüssel. Wenn ihr 20 habt, kriegt ihr 5 Kreditbooster und 3 Schlüssel nochmal dazu. Und wenn ihr alles voll kriegt, irgendwie, dann gibt es 3000 Anleihen. Und eben wichtig ist, der Ingenieur, da hat nur 10 verschiedene Sachen. Während die Windhunde, die haben 20 verschiedene Sachen. Also die Windhunde brauchen mehr Kisten, um da diese Gegenstände voll zu kriegen. Wie schwer das sein wird, das sehen wir dann. Ich denke, es wird nicht ganz so einfach, das voll zu kriegen, weil hey, 3000 Anleihen ist jetzt nicht gerade wenig. Ja, auf der Karte Redshire, Stuzianke und Fischerbucht wird gekämpft. Haben wir auch schon ein bisschen gesehen. Ich glaube, die werden noch ein bisschen vom Aussehen überarbeiten, dass sie ein bisschen cooler aussehen. Es gibt Medaillen, einmal fürs Gewinnen als Windhund, einmal als WT und zu guter Letzt gibt es noch eine ganz, ganz spezielle Medaille. Und die ist, wenn ihr einen ganz speziellen Waffenträger auf 220 zerstört. Aber, was ist denn dieser Waffenträger auf E-220? Er sieht ein bisschen anders aus und wird von ausgewählten CCs und Wegemitarbeitern gefahren. Und wenn ihr die Chance habt, dieses Fahrzeug zu zerstören, dann kriegt ihr alle einen dieser Premium-Truhen, einen dieser speziellen Truhen, wo eben die Chance drin ist, den T-77 zu kriegen. Ja, wer sind denn diese ausgewählten CCs? Das sind unsere acht verschiedenen CCs. Wir haben Dacilso, Mailand, Orsonel, Circumflex, Marti, Skill, Death und New Multishow. Das sind diese, wie Wallgames sind, wohlbekannten Community-Kontributoren, die vom 3. und 4. sowie 11. Oktober diesen speziellen W-T auf 220 habt. Dazu kommt auch noch, dass, wenn ihr diese zuschaut, eine dieser acht Community-Kontributoren und oder den offiziellen, ich weiß schon wieder, den offiziellen Twitch-Kanal von World of Tanks, dann könnt ihr sehen, am 2. Oktober gibt es dann diese Twitch-Lootboxen oder Drops. Und am 3. und 4. sind sie auf allen Kanälen von den oberen genannten Community-Kontributoren. Und eben hier ist wichtig, wenn ihr wirklich die Chance haben wollt und ihr könnt noch einen Schlüssel gewinnen oder eine dieser best speziellen Truhen, wenn ihr zuschaut mit den Drops, dann müsst ihr halt einen von diesen acht Community-Kontributoren schauen. Ansonsten, wenn ihr zum Beispiel einen anderen Community-Kontributor unterstützen wollt, dann ist es halt ein Gelände, ihr kriegt dadurch nichts zum Zuschauen. Also alle kleineren CCs, die streamen, die kriegen keine Belohnung oder keine Drops in der Hinsicht. Die sind wirklich nur für diese acht und die für den World of Tanks-Kanal an und für sich selber aktiviert. Ich sage jetzt mal dazu, es ist ein bisschen Zweiklassenstufe oder Dreiklassenstufe, sagen wir es mal so. Es ist auch eine interne Diskussion aufgetreten, würde ich mal so sagen. Aber es ist etwas, dass ich schaue es jetzt mal von außen an, weil ich persönlich muss sagen, ich selber fühle mich noch nicht super wohl als Streamer, weil ich selber weiß, ich habe eine ziemlich kurze Zündschnur und vor allem, wenn ich erschöpft bin und müde bin von einem langen Unitag, nicht so viel geschlafen habe, da werde ich extrem schnell auch ranzig. Also darum bin ich eigentlich auch froh, wenn da nicht zu viel Publicity im Stream-Bereich auf mich fällt. Also Video ist kein Problem. Ich denke, ihr seht ja selber, dass ich in den Videos, vor allem in solchen Videos, selten fluche. Aber Streamen ist mir da ein bisschen anders. Aber ich kenne andere CCs, die sich denken, ja, sorry, aber was bringt es mir, wenn ich halt da vielleicht nicht die extrem vielen Zuschauer hinkriegen kann und ich einfach dann an diesen Tagen eigentlich vergessen kann zu streamen, weil halt alle von den Zuschauern entweder auf den World of Tanks einzigen eigenen Kanal gehen oder halt einer von diesen acht Zuschauer-Streamern anschaut, weil eben die halt diese Belohnungen haben. Ja. Dann gibt es noch diese Bundles hier. Wie der Preis ist, ich weiß es nicht. Ich kann mir vielleicht gut vorstellen, wenn dieses Bundle vielleicht 99 Cent kostet, weil eine normale Box kostet, also eine Weihnachtsbox kostete eigentlich umgerechnet 2 Euro. Das kleinste war ja 5, äh, 6 Euro mit drei Kisten und da hattet ihr mindestens 250 Gold drin. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht so eine 99 Cent kostet. 2 Euro wäre echt wucher für das, was drin ist. Also dann würde das vielleicht 5 Euro, guckt, es würde Sinn machen. 1 Euro, 5 Euro und das hier kostet 9,90 Euro oder so, weil ihr ja noch 10% Rabatt drauf habt. Keine Ahnung. Ne, 9 Euro, weil ihr eben 10% Rabatt drauf habt. Das würde ich so abschätzen. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Ja, und eben, der T-77 ist in diesen Boxen drin. Er ist jetzt abgeändert worden, ist ein schwerer Panzer, 8er Premium von den Amerikanern. Hat sehr, sehr viel Pennen, hat einen ziemlich knackigen Clip, aber eine ziemlich lange Nachladezeit. Und sobald wir dieses Fahrzeug haben, und das ist für uns auch glückabhängig, ob ihr das Ding kriegen oder nicht, in den Boxen. Werden wir halt mal schauen, dann werde ich euch auch mal den ersten Eindruck machen und dann gucken wir weiter. Und ja, zu guter Letzt, zur Konklusion. Ja, da wurde ich gerade ein bisschen rumgemoved, weil ich vergessen habe, ich war noch im TeamSpeak drin. 10 out of 10 Raging. Ja. Wie schon gesagt, es sieht nach einem interessanten Event aus. Es gibt viele Goodies. Und das ist in Ordnung. Es ist natürlich nicht das, was die Leute, die wirklich den WT auf EN100 wiederhaben wollten, ähm, kriegen schlussendlich. Es, viele Leute wollten ja den WT wieder im Spiel selber haben, nochmal ein bisschen angepasst und die sagen auch viele, ja, vor allem jetzt mit den EBRs und so wäre das Ding gar nicht mal mehr so broken. Punkt ist, wenn es reinkommen würde, mit einer 5, mit der 560 Alpha Kanone, mit 5 Schüssen, ist es trotzdem nicht ein geiles Ding. Es ist halt wieder so ein Moment, wo du dann sagen wirst, ja, es ist halt einfach ein, ja, ich delete dich mal ganz kurz weg, äh, Panzer. Du machst einfach einem Spieler den ganzen Spielverspiel für diese Runde kaputt. Das gleiche Prinzip wie der FV und der, äh, FV 183er und der Stage 2. Und das sind einfach Spielprinzip, die sollten es eigentlich in diesem Spiel nicht drin geben. Punkt. Der andere Faktor, das mit den, ähm, mit dem WT auf EN100, äh, 220, ja, ich habe was Feedback gegeben, dass ich das mit den Drops für die, bei den CCs nicht so super geil fand. Einfach aus dem Grund, weil das extrem, die Zuschauerzahlen, äh, wie soll man sagen, einfach gepumpt hat. Das war eigentlich wie ein Steroide. Also Steroide, ähm, Zuschauerzahlen. Und da muss ich einfach sagen, was bringt es mir, wenn ich plötzlich 200, 300 Zuschauer habe, aber normalerweise bei maximal 30, 40 rumdümple, ne? Das sind alles Zuschauer, die eh nicht da sind, die den Stream höchstwahrscheinlich auf Mute auf der anderen, auf einem anderen Bildschirm haben. Da muss ich sagen, ist jetzt wirklich nicht so für mich. Aber es, man darf nicht vergessen, Drops ist immer noch ein guter Weg, eventuell halt andere, kleinere, ähm, CCs, kleine CC-Streamer mal ein bisschen vorzuheben. Darum ist es halt auch extrem schade, dass in diesem Event halt auch nochmal die extrem großen Leute nochmal vergrößert werden, aus meiner Sicht. Aber, jo, so ist es halt, so ist es halt. Und, ähm, da kann ich nichts machen. Das ist einfach so mein Feedback dazu. Und jetzt haben wir jetzt die Konklusion und das Feedback durch. Lasst mich wissen, was ihr von dem Event haltet. Lasst mich wissen, was ihr von dem Video haltet. Mein Name ist RagingRaptor. Danke euch immer fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr weiterhin up-to-date sein wollt und keinen Bock habt, 15.000 Artikel durchzulesen, um zu wissen, um was es geht. Man sieht sich und bis zum nächsten Video. Cheers, Leute. Das ist ja. Bis zum nächsten Mal.